Guten Tag. Guten Tag. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich würde gerne Geld leihen. Ich wollte aber wissen, wie das hier läuft. Ja, wir sind ein Pfandhaus und wenn Sie einen entsprechenden Pfand hier abgeben, können wir das sicherlich machen. Also ich fliege für eine Woche ins Ausland und ich würde meinen Sportwagen hier als Pfand lassen. Ich bräuchte 500 Euro, würde aber gerne vorher wissen, was mich das an Gebühren und Zinsen kostet. Nur 500 Euro? Genau, mehr brauche ich nicht. Okay, dann gucken wir mal. Also wenn Sie die 500 Euro in einer Woche zurückzahlen, wären 17,50 Euro an Zinsen und Gebühren fällig. Oh, okay. Das machen wir. Hallo. Ich wollte mein Auto abholen. Gerne. Die 500 Euro. Und die 17,50 Euro als Gebühren. Super. Sie müssten mir hier gerade noch unterzeichnen. Ja. Jawohl. Kommt Ihren Autoschlüssel. Dann... Das ist es. Gute Fahrt. Dankeschön. Eine Frage hätte ich noch. Bitte. Sie scheinen ein erfolgreicher Geschäftsmann. Lassen einen Wagen von über 100.000 Euro hier. Warum in aller Welt muss jemand wie Sie 500 Euro im Pfandhaus holen? Muss ich nicht. Aber sagen Sie mir, wo bekomme ich für eine Woche in so einer Großstadt einen gut bewachten Parkplatz für 17,50 Euro?